Herzlich Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3, Part 16 mittlerweile. Ich bin der David, der Electric Fusion und herzlich Willkommen auf dem Channel Vision Gaming. Wir haben im letzten Part aufgehört, in dem wir diesen einen Typ wie Typie da umgebracht haben und ich Unmengen von Sprachfehlern hatte, werde ich mal versuchen jetzt irgendwie zu lassen oder so. Ich kann aber nichts versprechen. Irgendwann fällt es einem ja nicht auf. Auf jeden Fall müssten wir jetzt wieder nach Boston, soweit ich das verstanden habe. Und erstmal will ich hier gucken, ob wir wieder so eine komische Mission haben, um neue Siedler hier aufzunehmen. Aber sieht wahrscheinlich, also was heißt bitte wahrscheinlich, sieht nicht so aus. Also denke ich mal, wir gehen sofort nach Boston. So. Ja, natürlich möchte ich ins Grenzland. Jo, unser Pferd ist auch wieder da. Teleportiert. Ah, was mache ich denn hier? Ich kann mich doch schnell hinspawnen. Ich weiß nicht, ob ich mal hier irgendwas durchsuchen sollte. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt interessiert oder sowas. Was gibt es denn da? Äh, das sieht doch... Das sieht doch gut aus. Das machen wir jetzt. So, ist ja nur so fast zwei Kilometer entfernt, aber egal. Wow. Wow, 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 wow. Juhu. Ey, bleib doch... Oh, schießt doch! Oh, okay. Alles klar. Ah, da haben wir jetzt zwei. Wap... Wapiti... Wapiti... Wapiti-Fellgeweih... Was haben wir denn noch alles bekommen? So, jetzt sind wir bei der Mission. Aber ich gehe denn da ab, ey. Äh, so. Was war das denn? Scheiß auf. Ich mache es einfach auf die altmodische Art. Äh. Äh. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, was war das denn, ey? Ey, was läuft denn die weg? Warum macht die... Nicht mit? Läuft das nicht hin? Ja, die ist gestorben, oder was? Oh, ich dachte vorher... Was ist das? Digga. Das ist geschehen. Die wollten, dass wir unsere ganze Ernte der Krone geben. Warren weigerte sich. Sie töteten der Fee, salzten den Acker und zerfen uns drauf. Den Rest kennt ihr ja. Nee, ich nicht. Ich fürchte, wir können euch nichts geben für die Hilfe, Fremder. Wir haben nichts mehr. Das ist sehr großzügig. Wir sehen es uns an. Danke. Nicht schlecht. Was? Misshandel? Ach so, das war die Mission. Oh Mann, das geht bei dem, Alter. Jo, gibt es vielleicht noch so eine Mission? Ich weiß nicht, diese Siedlungsmissionen machen mir eigentlich relativ viel Spaß. Hafenmeister? Nee, nee, das will ich nicht. Jo, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen nach Boston. Na komm, wie lange dauern wir das? So. Ah ja, ich habe ja wieder mein Pferd. Ach so. Wow. Ja, da will ich nicht hin, ne? So. Oh nee, das gibt es doch gar nicht. Ich vergesse das immer wieder, dass der dann sich davor spawnt. So, ihr Pisser. So wieder so ein Trommelkreis. Trommel. Kreis. Was war denn das für eine Mission? Die müsste ich mir mal angucken. Aber jetzt möchte ich erst mal eben die Hauptmission machen. Was geht da? Kenn ich den überhaupt? Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei, bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hinkock Unterschlupf hatten. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge. Das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm. Alles klar. Wo was? So. Ah. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Wie das geht? Ja. Ach so, okay. Du nimmst die Zügel, ich raditiere. Natürlich muss ich. Schnell Connor, steig auf das Pferd. Führen, würde ich sagen. Reiten, meine ich natürlich. Aber irgendwie, so wie die Atmosphäre hier gerade ist, ahne ich schon irgendwie das Irgendwas. Wir sind unsere Ideen, die wir alarmieren müssen. Irgendwas. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Schlimmes, aber. Irgendwas Unerwartetes oder. Keine Ahnung, muss mal. Müssen wir mal gucken. Aber zuerst, chillst du mal dein Leben, Bruder. Wo ich dir erstmal. Steig wieder aufs Pferd, Connor. Nein. Ein bisschen hier erkundschaften. Hallo? Ey. Ich will auf den Baum klettern. Sieht man das nicht? Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht da ein. Und das so. Ach so. Hä? Was? Nein. Loll. Was hast du denn vor? Du hältst jetzt deine Schnauze. Na komm. Spring. Zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen. Wieso kann er denn da nicht? Okay. Was soll ich denn? Hä? Ach so, okay. Nein. Oh. Was hast du denn vor? So. Ach so, okay. Oh, der chillt erstmal in seinem Leben. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Warum mache ich sowas, ey? Ich hoffe mal, das ist jetzt immer noch so... Ja, okay, gut. Moment, ich muss mir nochmal die optionale Motion angucken. Ich möchte die mal schaffen. Keine offenen Konflikt auszunehmen. Alles klar. Doch besser, ey. Warum kannst du mir nicht einfach einen Wegpunkt auf der Karte geben, ey? Berück dich, okay? Äh, ja, ich wollte eigentlich fragen, ob links oder rechts. Digga, muss ich rechts oder links? Bein vorsichtig, Connor. Die durften die anderen nicht warnen. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Okay. Oh, ach so. Jetzt sehe ich es erst. Du musst nach links, Connor. Oh, du Pisser. Rechtsrum. Gut. Was ist das denn? Zuerst du nicht erkannt? Jetzt sagt er, er glaubt. Du musst nach links, Connor. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Ja, das gefällt mir. Ich nehme mal, ich brauche meinen Verstecken klingen und schon wieder so ein Pfeifen da. Nein, bitte nicht. Müssen wir denn? Ah. Ah, ich dachte, ich könnte immer noch, ähm, jetzt, äh, fragen wegen Weg und so. Oh, verdammt. Du Pisser, warum stehst du denn mitten im Weg, ey? Steht der da wie angewurzelt, ey? Ist wieder so ein tankiger Typ, Mann. Darauf habe ich ja jetzt gar keinen Bock. Ich seh gar nicht, was ich mache, ey. Ich weiß ja jetzt endlich, wie man schießt. Ey! So. Gönnen wir. Ah, okay, dein Schwert schlägt man so ein bisschen hier, ne? Ja, und wo jetzt hin? Ich geh einfach mal wieder aufs Pferd. Wie? Digga, du willst mich nur verarschen, oder nicht? Äh? Oh. Chillig. Ey, ey. Ich berück dich. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Okay. Toll, optionale Missionen eh nicht geschafft, also von daher. Oh. Ah, das muss ich jetzt nochmal schnell machen. Nein, ich möchte erstmal den Baum hochklettern. Wenn ich wüsste, wo. Ey! Berück dich mal ein bisschen. Fuck! Ey! Yo! Was geht? Halt sie mich. Schnauze. Du Ruhe. Du, du Pisser. Mann, geh doch mal aus dem Weg, ey! Was ist das für ein behinderter Baum, ey! Das sieht aus wie so ein Penis. Scheiße, ey! Ich fang mich richtig an zu rasten, ey! Digga, was machst du denn da, ey! Kletter doch einfach ganz normal hoch! Wo ist das so schwer? Äh, da denke ich mal. Bist du wohl auf, mein Freund? Sogar genau der gleiche Baum. Vorsicht, Conrad! Es gibt vielleicht noch mehr Kundschaften. Bist du wohl auf? So. Ja. 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 Scheiß, boah, mach ich nie wieder bei so einem komischen... Wie komm ich denn jetzt hier runter? Kein Bock hier alles runter zu springen. Warum? Warum? Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Exzellent, die Richtung stimmt jetzt. Exzellent, die Richtung stimmt jetzt. Wie der mir auf den Sack geht, ne? Reite weiter. Warum macht denn der so ein... Ja, das ist der Weg. Ja, ich bin da, Zeichen. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Dieses komische Rockzeichen da. Oh nein, verdammt. Achso, ich hab doch jetzt die... Warum hab ich denn jetzt gar keine Option in einer Mission? Das ist nicht okay. Ich kriege vielleicht noch mehr Kundschaften. Hier, dann nach links. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Oh, es sieht aus, als wäre ich richtig. Links! Nein, rechts! Oh, was ist das denn? Mach ich irgendein... Irgendein anderes Mal. Links! Was für links? Was schlappert du? Nein? Nein, halt nicht. Ah, wahrscheinlich da. Nein? Verdammt. Beruhig dich, okay. Ich hab alles im Griff. Das sieht doch gut aus, nicht? Ich schwöre, ne? Ich bring den um den Typen, ey. Oh, warum hab ich das nicht gleich... Warum so ein Kletter der da hoch, ey? Schön verpixelte Tür. Schön der gleiche Mann. Schön der gleiche Satz. Nicht schon wieder, ey. Das gibt's doch gar nicht. Bereite weiter! Ich glaube, wir sind auf Kurs. Nach rechts, Connor! Nach rechts! Digga, beruhig dich. Da ist eine Brücke, du Pisser. Rechtsrum! Ich hab ja eh keine optionalen Missionen mehr, also von daher. Hier muss ich nicht... Oh, da in Ernst. Die müssen sich ernsthaft beruhigen. Ah, okay. Gibt's im Grund vielleicht irgendein Versteck oder so? Ah, nee, das ist... Wie, mein Verwinderer wird angegriffen. Bisschen dumm, oder was? Wie, das Hu... Du, dann kommst dir immer! Warum? Warum quälst du mich? Ich spiele... Ich hoffe mal, das ist das Letzte aus, ey. Und schon wieder so ein Tanky-Typ, Alter. Den hab ich gar nicht gesehen zuerst. Oh, der war eigentlich ganz... Ah, okay, dann nicht. Dann, dann nicht. Nee, nee, ja. Dann, dann, dann nicht. Nein, warum... Lol. Wo ist eigentlich meine Pistole? Da ist meine Pistole. Der Gabel... Oh, Mann. Ja? Nein, wirklich. Ich hätte jetzt schon wieder der gleiche Typ. Warum? Können wir den nicht einfach angreifen? Junge, das ist nur ein Typ! Ahaha. Nee, nee. Okay. Äh, äh, äh. Fährt, du Huhn! Ey, Digger, beruhig dich! Hey, ich kann die auch mitmachen. Oh, nee. Was hab ich denn jetzt gemacht, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ey, das sah einmal richtig fail aus, ey. Wenn er das gesehen hat. Hey, hat mein Typ wieder jetzt noch eine Lebensanzeige oder sowas? Zwei Tagger, euer Ernst? Schießt doch! Schießt! Lol. Achso, ich hab doch irgendwie... Oh, oh, oh. Digger, das gibt's doch gar nicht. Warum? 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 Ja. Jetzt hab ich nochmal die Mission. Also. Letzter Kontrollpunkt geladen und... Wir müssen sie abhängen. Ah, Juri. Was? 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 Warum? Wie? Nein, warum? Pass auf, dass keiner davon kommt. Hey, was war das denn? Ja, Mann. Geht doch. Du schießt nicht wieder auf. Wir sind hier so ein Tanky. Ich hasse euch. Nein, warum? Schießt, 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 schießt. Schießt nochmal, schießt nochmal, schießt nochmal. Bitte. Nein. Ja. So geht's auch. Dankeschön. Ja, ich hab kein Pferd. Ich hab kein Pferd. Nö, das ist zeitbedingt. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ne, wenn man da jetzt echt schwimmen muss. Brauch ich wohl ganz sagen, ey. Auf, mein Freund. Wie weit ist der denn weg? Oh, lol. Das ist ja ein Pferd. Scheiße. Warum ich? Warum? Du, bleibst der. Äh. Lol. Digga. Dreckigste Mission, die ich bis jetzt gespielt hab. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Warum hab ich einen Wurfpfeil erhalten? Nach rechts, Connor. Nach rechts. Beruhig dich. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß leeren. Das ist das. Das ist der richtige Ort. Dabei. Schon wieder so eine verwechselte Tür. Wo zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich, Sita. Ach. Der gönnt sich. Raskat? So ein Pädo. Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine... ...hose anziehen. Sofort. Was ist das für ein Ding? Achso, das war ein Tier oder sowas. Und das müssen wir noch weiter. Und dann geht die, ey. Der Part ist schon wieder voll über... über... lang, sag ich mal. Hey, hier war ich doch schon mal mit dem... Typen da. Kann man eigentlich diese Höhle finden? Diese... Diese Höhle kann man die eigentlich finden. Das wäre voll geil. So. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Hi, wie William sagte. Lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Doris und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier, ich werde jetzt den Part beenden. Und auf jeden Fall könnt ihr mal bei unserem Kanal vorbeischauen. Irgendwie ein Abo und ein Like hinterlassen. Denn wie euch gefallen würde, würde uns natürlich unterstützen und auch freuen. Und auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.